Hallo, ich bin die Uli, ich mache im A.C. die Sitzgymnastik und ihr nehmt euch einen Stuhl und dann geht's schon los. Wir setzen uns hin, setzen uns möglichst auf die erste Hälfte der Sitzfläche, Füße sind fest auf dem Boden, wir lassen die Schulter schön unten hängen, Daumen nach außen und wir beginnen langsam mal unsere Schulter zu kreisen. Das tut schon mal gut. Jawohl. Noch ein bisschen Handflächen zeigen dann. Nach vorne. Prima. Ich sehe eure Handflächen schon. Jawohl. Prima. Und lass hängen. Wir nehmen die Arme hoch, Schulterhöhe und wir ziehen jetzt mit der Schulter nach vorne und deine Handfläche zeigt zur Decke. Wunderbar. Noch ein bisschen. Und du merkst schon, wie hinten deine Rückenmuskulatur arbeitet. Ja, es kann anstrengend werden. Atme schön ein und aus. Ein und aus. Mach das in Ruhe. Und lass beide Arme wieder runterfallen. Puh. Puh. Wir haben es geschafft. Werde ein bisschen rund. Und komm wieder hoch. Die Hände winkelst du an und du beginnst jetzt, dich zu dehnen. Nach vorne. Ganz weit. Und versuche auch nach oben dich zu ziehen. Regle dich. Videos auch morgens vielleicht noch was. Und strecke dich so gut es geht. Spüre deine Seite. Dass sie nach oben geht. Ja. Wunderbar. Und dann nach vorne und hinten. Und dreh dich ein bisschen mit deinem Oberkörper mit. Ja. Motiviere dadurch deine Würmelsang. Komm. Zieh raus. Atme wieder schön. Ein und aus. Genieße diese Bewegung. Jawohl. Und nach oben und nach unten. Ganz weit tief und hoch. Tief und hoch. Wunderbar. Und noch einmal nach hinten und nach vorne. Und dreh dich langsam mit. Schön. Prima. Super. Und zum Schluss machst du dich ganz breit. Wieder weg. Mach dich wieder ganz breit. Und werde wieder klein. Ganz toll gemacht. Und dann. Rolle dich dann langsam wieder. Wirbel für wirbel für wirbel auf. Hände auf. Hände auf. Oberschenkel. Schulter nach hinten ziehen. Brustbein aufgerichtet. Versuche jetzt mal mit deinen Füßen nach vorne zu tippen. Strecke. Schön strecken. Und wieder abziehen. Strecke. Achte da drauf. Dein Fuß unter dem Knie wieder stehen. Rumpen. Zieh. Tipp. Zieh. Weg. Tipp. Weg. Ja. Wunderbar. Super. 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 Und dann beginnst du diagonal deinen Arm noch zu bewegen. Das heißt. Das heißt. Rechter Fuß. Dein linker Arm schlägt sich aus. Weg. Und deine Handfläche sehe ich wieder. Da. Ja. Zieh. 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 Und tipp möglichst weit vor. Und weiter. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Noch eins. Geschafft. Super. Nimmst deine Hände. Deine Arme parallel. Und beginnst zu drehen. Wolle wickeln. Das kennst du auch schon. Wunderbar. Und jetzt beginnst du wieder mit den Füßen zu tippen. Tipp. Tipp. Deine Arme machen jetzt ganz was anderes als die Beine. Tipp. Tipp. Und wickeln. 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 Super. Ganz toll. Ja. Weg. 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 Komm. Viermal rollend. Geht noch. Nochmal. Nochmal. Schön. Und ab. Oh. Daumen wieder nach außen. Schulter kreisen. Bisschen nach hinten. Nimmst deine Arme wieder hoch. Daumen sind nach oben. Du kennst das. Wir fahren Eisenbahn. Schön aufgerichtet. Du siehst das eine Knie hoch. Das rechte. Und dann bearbeitest du. Das heißt mit seinem Bein pumpst du jetzt eine Luftmatratze auf wie früher. Und oben bist du wie die Eisenbahn. Reha. Rutsch. Oder wir fahren mit der Kutsch. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Und immer hoch tief. 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 Hörst du das schon. Oberschenkel. Ja. Strengt an. Weiter. Bleib gerade. Bleib gerade. Brustbein aufgerichtet. Und stopp. Halt. Nimm deine linke Hand. Rechte Bein. Versuch dein Bein runter zu drücken. Und das Bein. Und das Bein hält dagegen. Spüre deine Bauchmuskeln. Halte. Löse. Und noch einmal drücken. Bein. Gerade bleiben. Weiteratmen. Spüre nach. Boah. Kommt noch zweimal. Ziehen. Halten. Halten. Super. Und noch einmal. Halten. 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 Gut. Gut. Und ab. Boah. Das Bein war schwer. Und wieder. Richten uns wieder auf. Und wir fangen wieder an zu kreisen. Diesmal aber rückwärts. Das wäre ja sonst zu langweilig. Immer schön die Ellbogen nach hinten ziehen. Große Kreise an der Seite. Wunderbar. Richtig. Das linke Knie kommt jetzt hoch. Mach das weiter. Ja. Und dein Bein geht wieder hoch. Tief. Das ist die nächste Luftmatratze. Komm. Schön pumpen. Pumpen. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Merkst du schon das Bein? Ja. Ich auch. Es wird schwer. Komm noch ein bisschen. Komm. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Sehr schön. Komm weiter. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Und deine Arme. Deine Ellbogen. Geh nach hinten. Und stopp. Jetzt geh deine rechte Hand aus den linken Oberschenkeln. Rollen. Geh runter. Halten. 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 Und lösen. Super. Und nochmal. Drücken. Dein Bein. Hält dagegen. Atme schön. Spüre deine beschrägten Bauchmuskeln. Halten. Halten. Und lösen. Komm zweimal noch. Drücken. 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 Toll. Und das letzte Mal. Und drücken. 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 Und dann lass uns absetzen. Und geh wieder in den Kutscher weiter. Und das hast du gut gemacht. So. Und dann kommst du langsam wieder. Versuche deine Arme hochzuhalten. Und ziehe deine Ellbogen. Schulterhöhe ein bisschen tiefer. Deine Hände schauen. Eine Linie. Halten. Und ziehe mal die Ellbogen zusammen. Und wieder raus. So gut wie kannst. Und manchmal ist hier schon Stopp. Und jeder versucht mal die Unterarme zusammenzukommen. Und zum Schluss zeigst du mir wieder deine Handfläche. Ziehe. Zurück. Ziehe. Zurück. Und schon aufrichten. Und spüre nach. Wie das mit deinen Schulternblütern ist. Ziehe zusammen. Ziehe weg von der Wirbelsäule. Ziehe wieder zusammen. Weg. Einatmen. Aus. Ein. Und aus. Komm. Wir schaffen nochmal vier. Drei. Zwei. Und eins. Und bleibe da. Dreh so um. Als würdest du im Buch lesen. Und komme hoch und tief. Hoch und tief. Du siehst mich jetzt gar nicht. Ich lese im Buch. In meinen Handflächen. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Und ablegen. Ausschütteln. Ganz toll gemacht. Nimm deine Arme hoch. Als würdest du sie auf den Tisch legen. Und wische den Tisch vor deinem Körper ab. Vor. Zurück. Super. Achtung. Jetzt versuchst du zu kreisen. Da musst du wieder beugen. Lang rausziehen. Aufrichten. Lang und weg. Raus und weg. Zieh. Und versuche mit deinen Händen ein Ergebnis zu bleiben. Zieh raus. Ja. Und mach dich lang. Und noch einmal ganz lang rausziehen. Und noch einmal probieren. Super. Und klar. Andersrum. Und hoch. Und zieh. Und weg. Und noch einmal. Denkst du auch an das? Ein- und ausatmen. Puh. Ein. Aus. Puh. Ja. Zieh. Reine. Aus. Ein. Wird dir langsam warm. Mir auch. Und ab. Ganz auf. Einmal ganz kurz ausschütteln. Und ab. Für die Beinkraft brauchen wir uns aufzusetzen. Nimm deine Hände zusammen. Und drücke mal ganz fest da drauf. Geh mal ein bisschen zur Seite. Stell deine Füße fest auf den Boden. Und drücke die Hände. Und lüfte ein bisschen dein Gesetze. Hopp. Hopp. Und drücke deine Hände. Hopp. Brustbein aufgerichtet. Hopp. Super. Ja. Wunderbar. Hopp. Noch ein bisschen. Komm. Zipp. Drück. Und beim drücken der Hände nimmst du die Körperspannung auf. Schulter runterziehen. Komm. Zipp. Ja. Noch ein bisschen. Komm. Vier. Drei. Super. Zwei. Eins. Toll gemacht. Und flüge Hände aus. Und deine Beine. Super. Vielleicht nimmst du jetzt mal das andere Bein nach vorne. Schrittstellung wieder. Hände wieder zusammen. Ganz gut. Und auch hier versuchst du wieder die Füße in den Boden zu drücken. Deine Beine. Und drückst du mal in deine Handfläche. Komm. Komm. Hup. Lüfte dein Gesäß von der Sitzfläche. Komm. Ja. Zieh's nochmal. Hopp. Ja. Vier. Noch fünf. Äh, drei. Oh, falsch gezählt. Zwei. Und eins. Und ab. Und geschafft. Ja. So. Zum Schluss. Ritzt jetzt ernst. Wir wollen aufstehen. Die Hände wieder fest zusammen. Nimm wieder zur Wahl. Nimm wieder das rechte. Das hinterbein nach vorne. Wie du magst. Und versuch noch einmal, die Füße fest in den Boden zu drücken. Und schon ein bisschen das Gesäß von der Sitzfläche hochzukommen. Zieh. Zieh. Und ich zieh da runter. Und bei eins bist du im Stand. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Pass auf. Eins. Toll gemacht. Und jetzt. Geh jetzt hinter deinem Stuhl. Wir haben die Möglichkeit, die Stuhl festzuhalten. Alles gut? Geht's dir noch gut? Fein. Wir stehen bei den Füßen. Hüftschmal. Auseinander. Aber das kannst du nicht so sehen. Und wir gehen hoch und tief. Hoch und tief. Holle schön mit deinen Füßen an. Das kann schon ein bisschen wackelig werden. Du bist vor allem aufgerichtet. Ja, so ist das gut. Weiter. Komm mal hoch. Und weg. Komm mal hoch. Und weg. Und bleibe oben. Halte dich. Halte dich. Und versuch jetzt mal, einen Arm hochzunehmen. Geht das gut? Halte, halte, halte. Und nehme dann den Arm wieder zurück. Und rolle wieder mit den Füßen ab. Wieder hochziehen. Weg. Und hoch. Und weg. Komm hoch. Spann. Tür nach. Bauch. Gesäß fest. Alles gut? Ja? Und dann bleibst du wieder oben. Halte. Spann noch mal nach. Und dann nimmst du den anderen Arm mal hoch. Alles gut. Halte. Halte. So weit es dir möglich ist. Bis es nicht mehr geht, dann rollst du mit den Füßen wieder ab zum festen Stand. Und dann gehst du wieder zurück. Und ab. Toll. Schüttel mal ruhig deine Beine ein bisschen aus. Geht noch. Da füllen wir noch ein Stück. Komm wieder hoch. Halte. Und deine rechte Ferse. Mach noch auf der anderen Seite, dass du es sehen kannst. Geht nach oben. Du spürst vielleicht hier. Oh. Das fliegt vielleicht schon. Das macht nichts. Und dann gehst du runter. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und das macht es gleich noch mit dem anderen Bein. Du kannst es noch sehen. Und du merkst deine Beinkraft. Zieh hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Und ab. Super gemacht. Schüttel wieder aus. Wir machen das nochmal zur anderen Seite. In der Hüft mal stehen. Andere Ferse zum Gesäß. Und wieder hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Geht es noch? Kannst du noch? Und noch komm. Wir schaffen das. Noch vier. Ja. Noch drei. Super. Noch zwei. Und eins. Toll gemacht. Zum Schluss lehnen wir noch. Wir benutzen den Stuhl und die Rückenlehne noch dazu. Wir stehen hüftschmal wieder gerade. Und das auch. Bei mir ist das jetzt das linke Bein. Zieh nach hinten. Das hin. Halte. Gerade bleib. Dein Gewicht ist hier vorne. Und versuche die Fersen langsam runterzudrücken. Richtung Bogen. Und du schaust nach vorne. Spüre nach. Was brauchen wir, um die Püffbeuge zu strecken. Nach dem langen Sitzen. Halte. 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 Und komm langsam wieder. Beine sind wieder hübschmal auseinander. Dann streckst du das andere Bein nach hinten aus. Die Fers ist oben. Die Fersen sind gerade. Bauchfest. Gesetzfest. Und versuchst deine Fersen nach hinten runterzudrücken. Trotzdem bleibst du gerade. Brustbein aufgewichtet. Schultern rein. Unbezogen. Du atmest durch. Du spürst vorne die Dehnung. Genieße es. Halte. 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 Super. Prima gemacht. Und komm langsam wieder mit der Fersen. Und stellst du für Hüftschwarten. Halte dich an dem Stuhl fest. Dein äußeres Bein. Schwingt jetzt noch locker vor und zurück. Bleib schön gerade. Locker rede ich dabei. Tut deine Hüfte gut. Gut. Und stellst du an. Wechselst nochmal die Seite. Und noch einmal die andere Seite. Das Außenbein schwingt vor und zurück. Dann bist du für diesen Tag gut ausgerüstet. Wacknet. Achte schön auf dich. Aufrecht. Schulter nach hinten ziehen. Und dann. Schüttel dich nochmal aus. Dann mal tief durchatmen. Ein und aus. Ein und aus. Wenn du magst, kannst du zum Schluss nochmal regeln. Wie du es am Anfang im Sitzen gemacht hast. Ach, das war gut. Und ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.